Ich arbeite total gerne mit der LSU zusammen, das macht einfach tierisch Spaß, da sind Leute, die Lust haben, die auch mal lustig sind, die Spaß und Freude haben und da ist einfach Lebensfreude pur und jeder Termin, den ich mit der LSU habe, da gehe ich einfach motiviert und fröhlich raus, weil es einfach Spaß macht und so soll es ja sein. Politik soll auch Spaß machen, kann auch Spaß machen und ich finde es auch ganz wichtig, weil nur wenn du mit Spaß dabei bist, mit Freude, dann bewegst du auch was und bist richtig hinterher. Hast du persönliche Morgenrituale, also so ein Käffchen oder Gymnastik am Morgen vielleicht? Gymnastik könnte zumindest komisch aussehen, das werde ich jetzt auch nicht sagen, sonst sagt ihr noch, ich soll es vormachen. Nein, in der Tat habe ich, ja, aber ihr könnt es dann beschreiben und man weiß ja nie. Wo arbeitet Kai Wegner Ende 2021? Im Roten Rathaus oder im Bundestag?